Unsere Welt wird zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder ärmer. Das Wirtschaftsforum prophezeit kommende Krisen und trägt selbst dazu bei. Das Problem wird zur Lösung gemacht und mehr Sozialismus wird gefordert. Spiegel fragte letzten Monat, hatte Marx doch recht? Karl Marx wird als Vordenker des Sozialismus gepriesen. Ein Beispiel aus Südafrika zeigt, wohin unsere Welt steuert. Handelsblatt schrieb am 11. Januar, Zitat, die Globalisierung hat den weltweiten Wohlstand erhöht, steht laut einer Studie aber vor dem Ende. Kurz vor dem Davos-Treffen zeichnen Entscheider ein düsteres Bild der Zukunft, Zitat Ende. Das Wirtschaftsforum prognostiziert das Ende des wachsenden Wohlstands. Geopolitische Ereignisse lassen die wirtschaftliche Zusammenarbeit zerbrechen. Das bedeutet nichts weniger als das Ende der Globalisierung. Das Ende des Wohlstands ist in der Tat eine düstere Prognose. Aber die vorgeschlagene Lösung ist noch schlimmer. Auf der Webseite des Weltwirtschaftsforums heißt es zu diesem Bericht, Zitat, uns sind die Worte ausgegangen, um zu beschreiben, was heute in der Welt passiert. Daher hat diese Ausgabe des Global Risks Report ein neues Wort verwendet. Es handelt sich um eine Situation, in der verschiedene Risiken aufeinanderprallen und ihre gegenseitige Abhängigkeit deutlich spürbar ist. Die Globalisierung, das heißt die von Amerika und dem Kapitalismus geförderte weltweite Zusammenarbeit, hat dazu beigetragen, die Armut von Millionen von Menschen zu beenden und Schwellenländer entstehen zu lassen. Aber das ändert sich jetzt. Im Bericht des Weltwirtschaftsforums heißt es weiter, Zitat, die sich daraus ergebende neue wirtschaftliche Ära könnte von einer wachsenden Divergenz zwischen reichen und armen Ländern und dem ersten Rückschritt in der menschlichen Entwicklung seit Jahrzehnten geprägt sein, Zitat Ende. Das ist eine düstere Vorhersage, aber sie wird von einer aktuellen Titelgeschichte des Spiegel-Magazins geteilt, die eine interessante Lösung vorschlägt, mehr Sozialismus. Und hatte Marx doch recht, schrieb der Spiegel, Zitat, Der klassische Kapitalismus funktioniert nicht mehr, aber angetrieben von immer neuen Weltkrisen und einem drohenden Klimakollaps zeichnen sich konkrete Reformideen ab, weniger Wachstum, mehr staatliche Zielvorgaben, Zitat Ende. Weiter heißt es dort, Zitat, Kritik am Kapitalismus ist erst einmal nichts Neues. Doch im vierten Jahr der Pandemie und im zweiten Jahr des Ukraine-Krieges gewinnt sie merklich an Wucht. So vieles funktioniert nicht mehr. Die Globalisierung zerbröselt und mit ihr das deutsche Wohlstandsmodell. Die Welt verschanzt sich in feindseligen Blöcken. Die Inflation lässt Arm und Reich weit auseinanderdriften. Nahezu alle Klimaziele wurden verpasst und die Politik kommt nicht mehr hinterher, all die immer neuen Risse im System zu kitten. Die Globalisierung ist aus dem Ruder gelaufen. Fast alle Wohlstandsgewinne landen bei den obersten 10% der Bevölkerungen. Der wahnwitzige Ressourcenverbrauch ruiniert den Planeten. Die Finanzindustrie schwelgt in immer neuen Exzessen, Zitat Ende. Es besteht kein Zweifel, dass wir eine seismische Verschiebung von einer Welt des wachsenden Wohlstands zu einer Welt der wachsenden Armut erleben. Aber ist mehr staatliche Kontrolle die Lösung, um genau das vorzuschlagen, stellt der Spiegel die Italo-Amerikanerin Mariana Mazzucato als die einflussreichste Ökonomin der Welt vor, die zahlreichen Regierungen Skripte für Green New Deals, also den klimafreundlichen Umbau von Wirtschaft und Industrie liefert. Sie behauptet, der Markt allein habe keine Chance im Kampf gegen die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, insbesondere gegen den Klimamantel. Deshalb fordert sie, Zitat, der Staat muss die Richtung vorgeben und ambitionierte Ziele setzen, Zitat Ende. Fast die Hälfte der Deutschen glauben, dass der Kapitalismus die Welt in die Klimakrise geführt hat. Es liegt jedoch auf der Hand, dass die Regierungen die Ursache für die jüngsten Krisen wie Lockdowns und Kriege sind. Die Unternehmen haben unter dieser Politik gelitten. Sie haben auch unter den Vorschriften gelitten, mit denen die Klimaziele erreicht werden sollen. In einigen Gebieten wurde Fracking verboten. Kohlekraftwerke wurden geschlossen und grüne Energielösungen gefördert. Dies hat unter anderem zu einer Energiekrise geführt, die durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine noch verstärkt wurde. Die angebliche Krise ist also selbst verschuldet oder eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Jetzt schlagen die Eliten vor, dass mehr vom Gleichen die globale Krise lösen wird. Die Posaune warnt seit langem davor, dass dieser Trend ein Deckmantel ist, um den Sozialismus in den Westen zu bringen. Und immer mehr geben dies nun offen zu. Südafrika zeigt uns, wo das hinführen wird. In Südafrika verteilt die Regierung zum Beispiel Sozialhilfe an 29 Millionen Menschen, nimmt aber nur von 7,4 Millionen Menschen Steuern ein. Wie der Analyst Don McAlvani schrieb, wurde Südafrika von Linken, Pro-Kommunisten und Globalisten vorangetrieben. Globalisten der neuen Weltordnung, die in der Kommunisierung Südafrikas ein wichtiges Sprungbrett für ihren sozialistischen Traum einer Weltregierung sehen. Sie wollten die früheren Verbindungen des Landes zu Großbritannien zerstören und stattdessen seine Verbindungen zur kommunistischen Welt festigen. Wie der Chefredateur der Posaune, Gerard Flury, in Amerika unter Beschuss erklärt, sehen wir die Nachwirkungen eines kalkulierten, aggressiven, satanischen Angriffs, der darauf abzielt, die Nationen Israels zu schwächen und letztlich zu zerstören, angefangen mit der mächtigsten Nation der Welt. Zitat Ende Der Aufstieg des Sozialismus ist ein Angriff, um das amerikanische System zu Fall zu bringen. Es ist ein koordinierter Angriff von innen, 2. Könige 14, Verse 24-26 und außen, Psalm 83 und Isaiah 23. Es ist ein Angriff auf das moderne Israel, vor allem auf die Vereinigten Staaten und Großbritannien. Diese Nationen haben der Welt Wohlstand gebracht, weil Gott ihnen Wohlstand gegeben hat. Dies ist nicht nur eine schlechte Nachricht für Amerika, sondern für die ganze Welt. Wir sollten uns nicht täuschen lassen. Wir treten in eine Zeit ein, vor der Jesus Christus in Lukas 21 gewarnt hat. Die Zeit der Heiden. Eine Zeit, in der die Ablehnung der Menschheit gegenüber Gottes Eingreifen in unserer feindlichen Welt ihren Höhepunkt erreicht haben wird. Zweifellos ist das sündige Israel nicht die gottesfürchtige Nation gewesen, die es nach Gottes Willen hätte sein sollen. Aber die gottlosen Trends, die wir sehen, werden zu weit Schlimmerem führen. Um das zu verstehen, lesen sie Amerika unter Beschuss. Dieses Buch erklärt den vielschichtigen Angriff auf Amerika und die geistliche Quelle dahinter. Nach der Lektüre dieses Buches werden sie wissen, dass nur Gott in der Lage sein wird, unsere wachsenden Probleme zu lösen. Dieses Buch finden Sie auf unserer Webseite dieposaune.de Fragen und Kommentare können Sie auch gerne an info at dieposaune.de schreiben. Beobachten Sie weiterhin die Welt, in der wir leben. Mein Name ist Josue Michels. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.